Willkommen zu den heutigen VIVI News. Heute schauen wir uns ganz genau das nächste Comic an. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den Red Hulk NFT Drop auf VIVI an und wir schauen uns auf jeden Fall aktuelle Marktdaten auf VIVI X Tracker an. Das sind sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Wort, ich bin es dein Captain, dein VIVI Uji mit den wichtigsten VIVI News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute, wie gesagt, auf jeden Fall mit nicht allzu viel Informationen mit dabei, aber auf jeden Fall einigen wichtigen. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt auch rein ins Video. Starten würde ich sagen, tun wir an dieser Stelle mit dem nächsten Comic Drop. Das ist das Comic an Kenny X-Men, Hashtag 94 aus dem Jahre 1963, einmal mit diesen Covern hier. Das Ganze wird hier unter anderem am Dienstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit, also heute, droppen. Unter anderem das Ganze natürlich wie immer im Blindbox Format. Das sind hier nochmal die Cover, die wir sehen werden. Natürlich wie immer mit exklusiven Rare wie auch Ultra Covern. Für mich persönlich ist das jetzt kein Job, den ich super präferieren werde. Ich werde ihn trotzdem mitnehmen. Die Gründe zeige ich euch gleich. Ansonsten, der Listenpreis hier wird natürlich wie immer 7 Gems betragen. Die Edition-Cyber wird bei 7.500 Stück liegen. Das ist auf jeden Fall schon mal relativ interessant. Was auch interessant ist, ist der Listenpreis für Go-Collect-Hefte. Und das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man sich die HSA anschaut. Eine 9.8, 33.000. Und wenn man sich auch die weiteren Sachen anschaut, dann ist das doch mal gar nicht so schlecht, wenn man sich hier die Stückanzahl der gegradeten Comics anschaut. Knapp 800 sind hier gegradet. Und der Preis liegt bei 1.150. Meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr guter Preis für so eine hohe Auflage von gegradeten Comics. Dementsprechend definitiv ein Comic, was ich mitnehmen werde. Wenn möglich sogar 2 bis 3 im Drop. Ansonsten kommen wir zum nächsten Hulk-Job. Und das wird Red Hulk sein. Und der wird nämlich am Mittwoch um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Das Ganze wird hier im Waitlist-Job-System natürlich stattfinden. Wie auch bei anderen Collectibles. Wir haben hier insgesamt nur ein Collectible. Das Ganze wird animiert mit Sound sein. Und er wird eine Rare sein. Ansonsten wird das Ganze hier insgesamt der dritte Hulk sein. Es wird noch ein vierter folgen. Und dann wird es den Air Drop geben für all die Leute, die auch alle vier Hulks haben. Was als fünfter Hulk kommt, da müssen wir uns auf jeden Fall gespannt halten. Der Air Drop wird dann aber wahrscheinlich auch nochmal extra angekündigt sein. Der Listenpreis wird hier für dieses Collectible 50 Gems sein. Ansonsten die Edition zahlt 2.222 Stück. Wahrscheinlich wird der nächste Hulk eine Edition-Auflage von 1.111 Stück haben. Ansonsten ist das Ganze natürlich eine First Appearance. Dementsprechend gar nicht mal so uninteressant mit der Edition-Auflage. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, ob du den ganzen anderen Drop mitnimmst oder nicht. Ich persönlich nehme ihn jedenfalls nicht mit. Denn ich glaube, dass es nach dem Air Drop so sein wird, dass die Hulks tatsächlich deutlich weiter unter Droppreis fallen werden. Weil viele die jetzt einfach nur sammeln wegen dem Air Drop. Aber wir werden es sehen. Eine sehr positive Nachricht gibt es zum Thema Bot-Accounts. Und zwar gibt es ja nämlich diesen Vivi-Feed auf Twitter. Ob das jetzt zu 100% stimmt oder nicht, kann ich natürlich leider nicht überprüfen. Nichtsdestotrotz scheint hier der Vivi-Feed analysiert zu haben, wie viele, sag ich jetzt mal so, suspekte Accounts da draußen unterwegs sind und beim Darkside-Job mitgemacht haben. Und laut dem Vivi-Feed sollen insgesamt nur 0,8% wirklich hier an Leute gegangen sein, die anscheinend suspekt sind bzw. möglicherweise Bot-Accounts sind, was meiner Meinung nach wirklich eine sehr gute Quote ist und hier auf jeden Fall zeigt, dass das Weightless-Drop-System definitiv seinen Job erfüllt. Dementsprechend auf jeden Fall hier eine sehr positive Meldung. Wie gesagt, aber ob das Ganze hier stimmt, kann ich leider nicht unabhängig überprüfen. Es sieht aber auf jeden Fall erstmal relativ positiv aus. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall weitere Dinge nochmal auf Vivi-X-Tracker an, was Daten angeht und hier haben wir auf jeden Fall mal den aktuellen, ja aktiven Wallet-Durchschnitt der letzten Tage und hier hatten wir auf jeden Fall im Peak knapp 8.885 Transaktionen bzw. aktive Wallets. Insgesamt der Durchschnitt liegt hier in etwa momentan bei 2.500 knapp. Das ist auf jeden Fall nicht super gut, aber wenn man sich überlegt, dass es trotzdem immer noch jeden Tag 2.431 Transaktionen von Leuten gibt, die etwas kaufen, verkaufen, dann ist das doch gar nicht mal so wenig. Und insgesamt haben wir auf jeden Fall hier, was den Average der neuen User angeht, ja auch eigentlich eine relativ normale Bewegung. Ansonsten insgesamt, ja muss man sagen, die Daten sind eigentlich so wie die letzten Monate auch. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall nochmal die Top 100 Collector an. Wenn wir uns mal jetzt hier zum Beispiel die letzten Tage anschauen, dann sehen wir eigentlich auch eine relativ gute Akkumulation. Hier hatten wir zum Beispiel am 20. Das heißt in etwa vor, ja sechs Tagen sogar knapp eine Akkumulation von knapp 1000. Ansonsten sehen wir natürlich hier wieder einen kleinen Abfall jetzt, aber wahrscheinlich mit den Drops wird auch wahrscheinlich wieder deutlich mehr akkumuliert werden. Und dementsprechend, es sieht auf jeden Fall nicht allzu schlecht aus. Außerdem hier auch, wenn man sich die Netto-Akkumulation von vielen größeren Wallets anschaut, dann sieht man hier, dass eigentlich jedes große Wallet, wenn überhaupt, dazu kauft. Es gibt zwar das eine oder andere Wallet, was hier auf jeden Fall auch Minus macht, wie hier zum Beispiel minus 178. Nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen ist hier wirklich eine positive Akkumulation sichtbar, was meiner Meinung nach auch weiterhin sehr positiv ist, da man sieht, dass auch die Wale hier weiterhin akkumulieren. Und ansonsten war es das auf jeden Fall mit dem gesamten Video. Wenn dir das gesamte Video gefallen hat, dann gib dir das ganze Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen bis zu sehen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen und Mittagabend. Und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.